Und weiter geht's mit Tom Clancy's Dead Division. Und zwar mit der Beta, immer noch, leider. Aber bis zum Release dauert's halt noch ein bisschen. Na? Komm, weiter, ein bisschen noch. Ein Pump 100. Okay, mit dem... Auf die Karte. Irgendwie sind wir übertrieben groß da gestellt. Na, da in das unerforschte Gebiet. Läuft da eine Ratte? Tatsächlich? Warte mal, können wir dich abschießen? Ha! Können wir! Yeah! Ja, wo muss ich hin, da muss ich hin. Und nein, ich hab nicht von da gestartet, wo ich mich ausgelockt hab. Weil ich hab mir nämlich im Haus, also in dem, äh, Gebäude da drin, ausgelockt. Können wir eigentlich einen Passanten abschießen? Glaubt, ich kenne mir sogar. Aber das machen wir jetzt nicht. Verdammt. Ach. Kann ich mal die Munition verschwenden. Öpp! Was ist aber da? So, ein Headshot war. Mal effektiver. Verdammt. Verdammt. Würde ich das abgeschießen? Ja, cool. Haha. Ah. Ist ein gutartiger. Ja. Haha! Die Kugeln gehen eine ganze Tatsächlich durch. Wie genial. Ist da irgendwas? Hm. Eine Kette davor. Können wir die mal aufschiessen? Äh. Nein. Weiter nicht. Warte mal. Dann mal so. Je-pam. Ne. Geht nicht. Pistole ist verflucht. Treffsicher, ey. Na gut. War jetzt eine kurze Distanz, also. Wir müssen mal ein bisschen ausprobieren. Oder bist du was? Wir probieren die damit. Uah. Sorry. Sorry. War reine Absicht. Was ist jetzt? Ah. Hätte ich vielleicht durchlesen sollen. Egal. Markierte Position in der Nähe. Ui. Ach, da kann man nicht durchschießen. Ach. Verdammt. Geh mehr. Los. D, 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 d. Hi, Leute. Wie geht's? Verdammt. Komm. Ach, da können wir nicht durch. Au. Aua. Na komm. So. Du hast Alex? Wow. Haha. Wo ist er? Ah, da. Na komm. Na mach schon! Ach du Scheiße. Wer mehr? Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Geh nie wieder Baseballschläger zu deiner Schlägerei. Nein, der nicht Schlägerei. Schießerei. Ich war das, ich war das, ich war das, ich war das, ich war das. Geh nie wieder Baseballschläger zu deiner Schlägerei. So was. Geh nie wieder Baseballschläger zu deiner Schlägerei. Jei, jei, jei. Scheiße, wenn man plötzlich noch unten absorten, bis ich einen Stress kriege. Ja. Ach, nicht eh. Steck den Shit weg. Hallo. Steck die Scheiße weg, Mensch. Nicht wegschmeißen. Äh. Leck mich am Arsch. Erledigt sie möglichst auf des Hans. Super Schuss. Didi, 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 didi. Haben die alle noch Munition mit, ey? Das nervt. Verdammt. Äh. Wo muss ich hin? Da drüben. Kann man mit dem Typen eigentlich reden? Hallo. Nein, kann man nicht. Äh. Buh. Hä? Na, du... Nein! Oh. Wir haben fast Krebs, da denn. Eine Mütze. Wie kann ich die Mütze aufsetzen? Wo ist die Mütze überhaupt? Ähm. Äh. Ah. Ist noch ein Ausseeteil. Aber so kommen sie zu einem Wunschcharakter zusammen. Äh. Ein Hund. Hundi. Nein. Ich werde nicht probieren, ob man den erschießen kann. Das will ich gar nicht wissen. Vorsichtig. Und wenn schon. Es spielt dir keine Rolle mehr, wohin wir gehen. Ja. Da liegt auch was. Ein Handy? Handy? Eine Tochter gesteht ihrer Mutter etwas. Ähm. Okay. Noch ein Vauvi. Ein belgischer Schäferhut. Würde ich einmal sagen. Nein. Äh. Äh. Was suchen, wo wir Erfahrung kriegen. Ah. Da kommen wir rein. Haben wir eigentlich auch ein Flashlight. Warte mal. Mit F auf alle Fälle nicht. Warte mal. Äh. Bade, bade. Einstellung. Tastenbelegung. Äh. Premierwaffe. Sekundär. Äh. In Granate. Aus Hilfe. Ränen. Inventar. Gruppenverfolgung. Nö. Wasser trinken. Nö. Bade. Ich blühte gerne den. Nö. Wir haben tatsächlich keine Taschenlampe. Chmanno. Aber da haben wir doch sowieso nirgends reinkommen. Ich will sie mal werfen wir an nirgends die Taschenlampe. Brauchen. Ist ja schade. Vielleicht kriegen wir später eine Stirnlampe oder so. Das kann es sein. Na gut. Bei der Beta mit Sicherheit nicht. Das muss was mit Sicherheit. Ich glaub's nicht. Geiselrettung. Fall überschreiben. Warte mal. Ah. Das war da gleich in der Nähe. So was das machen wir. Schauen wir mal, ob man die Geisel retten können hat. Dann kann ich ja endlich einmal die neue Fähigkeit ausprobieren. Bevor ich es wieder vergieße. Nein. Turn right for search. Mir wundert es, dass wir keine Ausdauerleiste haben. Wir können... Ah. Na, da gucken wir nicht rein. Äh. Wir können einen Dauerlauf machen. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Hä? Warte mal. Ah. Geh. Bitteschön, schenkt ihr euch. Schaboooms. Geile Fähigkeit. Die haut rein. Und jetzt. Es war jetzt was von mir. Ja. Ja. Was wollt ihr es? Au, scheiße. Ach du, scheiße. Der Huttenflammenwerfer. Ist ja nicht so unfair, oder? Scheiße, scheiße, scheiße. Du gehst mal auf den Sack, Mensch. Oh. Möchtest du tatsächlich so ein leichtes Zü sein? Ja, ja. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Ach du, scheiße. Den können wir da durchschießen. Verdammt, die Tanks im Rücken kommen wir nicht zum Platzen bringen. Ja. Verdammt, 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 bricht den Shit up. Da, 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 da. Ach du, scheiße. Der kriegt die Haftgranate wieder weg. Wahrscheinlich hätte ich irgendwas drucken können, dass Feuer explodiert. Okay. Hm, Wachpersonal-Holster. Gucken wir mal, ob wir da was haben, was uns was bringt. Ich glaube, die werden wir austauschen. Nein. Du hast zwar weniger Schaden, dürftest aber treffsicherer sein. Das Holster tauschen wir aus. Sonst dürfen wir eigentlich nichts Neues dazu bekommen. Was bist du? Schaust mir nachher eine Schottie aus. Ich glaube, das ist auch eine Schottie. So, wir haben ja mal das ganze Zeug da ein. Sind da drin, Geisel? Hey, warte mal. Mann, ich will die. Ich will ja noch keine Waffe haben. Geisel-Schlüssel. Ach so, für die Tür. Wir haben mich eingesperrt. Irgendwo muss ein Schlüssel liegen. Ja, ja. Die Wissen sind in Sicherheit. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ja, Haupt. Okay. Die haben doch alle Tanks auf dem Rücken, Kopf, oder nicht? Ja, sicher. Die sind jetzt alle irgendwie verschwunden. Sehr schön. Ach, du schon wieder. Bedürftiger Zivilist. Credits geben. Ja, von mir aus. Da nimm's. Was krieg ich dafür? Erfahrungspunkte. Yay. Na gut, ich habe ein Level ab. Will man sich nicht beschweren? Hm. Äh, Charakter. Was bringen uns die Level-Ups? Primär-Attribute. Äh. Äh. Mottamai F für Mott. Haben wir vielleicht auch ein paar neue Mott? Mal so ein Granat auf oder sowas. War doch was Schönes. Besserer Lau... Äh, entweder... Länger Lauf für besseres Zählen. Oder antworten Schalldämpfer. Oder... Scheiß, sie ist irgendwie vom Hundi, oder? Ach, scheiße. Ach, herrje. Äh, ja, was ist los, hä? Ja. 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 Mach'n's das noch, dass man so, äh... Äh, äh... Sochen für Autos, äh, Autos knacken konnte, ist zurück da, dass in einem Fuss irgendwas drin ist. Des wünschen dem man irgendwie. Die Dark Zone ist abgeschottet, und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun... Wenig davon ist gut. Hm. Ich sag' beim nächsten Mal, wenn wir da mal reinschauen, was da drin los ist, wenn wir überhaupt rein können. Für heute soll's reichen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.